Wie lange du halt bloß bist? Wie lange man halt bloß unsichtbar ist? Das geht ja schließlich auch keine Stunden oder Minuten, das ist ein paar Sekunden und dann bist du wieder da. Auf P schon. Was? Auf was? Auf P. Wenn du den perfekten Meister hast. Achso, okay. Da bist du ein bisschen länger. Vor allem der Gag ist dann dabei, sie kann dich dann angreifen. Ohne dass es sichtbar wird. Ah, das ist gut. Das ist echt genial. Cool. Dann wirst du auf jeden Fall aus unsichtbarem angegriffen, was es jetzt für einen Film geht. Ja, tschau. Wartet mal g'schwind. Ja, mir herzen so lang. Nö. Doch. Weil die wo? Hat sie gemacht? Jetzt muss ich nur richtig treffen. Fuck, den kann man ja gar nicht treffen. Wie mich? Ja, wenn wohl. Ja, wo soll ich das wissen, was du da jetzt machen willst? Ich will dich schlagen. Du stellst dich auch frei. Ich kann dich auch nicht schlagen. Sakramente. Hau zu jetzt. Ne, geht halt. Okay. Ich schaff's bestimmt. Er ist der Erste. Oha. Eh, lieber nicht. Ey, stell uns alle auch frei und kloppen sie mal kurz. Oder kloppen wir alle kurz auf sie ein. Sie ist auch freigestellt. Okay. Das sind ja nicht meine Rangpunkte, die ich verliere. Äh, die verlieren auch keine Rangpunkte, weil du freigestellt hast. Ob. Aber gut, wir hauen uns jetzt zusammen, okay? Ich helfe dir. Ja. Buff mich mal hoch. Feigling, Feigling. Interessiert mich eigentlich nicht. Nein, im Duell verliere ich gegen dich. Was? Feigling? Kann ich jetzt auch sagen. Nein. Doch. Wer hat der Level 29er Krieger? Ja, ich. Gegen 37. gewinns Duell. Nein, hat er schon mal verloren. Nein, der hat kein Duell, aber... Dann kann er seinen Krieger nicht spielen. Der musste schon mal leiden, weil er meine Mops an mir schlagen hat. Ja? Ja. Aber da war ich eigentlich auch... Ich komm gleich wieder. Noch nichts machen. Noch nichts machen, Alex. Ich bin noch nicht so weit. Ich muss mir jetzt noch meine Flaschen sortieren hier, sonst komm ich nämlich nachher entschleudern. Tja, ich liebe diesen Schwarzschlag. Ich finde, ich liebe diesen wirbelnden Dolch. Alter, der drängt mich in die Ecke. Ey, ich schlag nur zu. Ja, dann komm raus. Warte kurz, komm raus. Toll. Ich muss mich rausschlagen. Ich muss mich neu starten, nein, auslocken. Ich hänge in der Wand, ich kann mich immer bewegen. Ja, ich schlag dich kurz tot. Warte. Schlag dich kurz tot, dann warst du es. Lass mich mal nicht auslocken und neu einloggen. Das geht schneller. Warum ich will eben, hast du noch. 2600, 2700, 2600. Ja. 2600, 2700 in den Trenat. Und jetzt? Lass mich frei. Lass mich in Ruhe. Okay, dann lassen wir es halt. Geht schon weiter? Ja, wir sind ja nicht hier zum Kasper, wir sind hier zum Pullen. Zum Level. Ich nervt. Ich bin wieder da. Ich versuch den auch mal wieder her zu Pullen. Und die, die nichts zu tun haben, können wir ein bisschen sammeln. Ja, schon dabei. Ich bin wieder da. Ich kann mich wieder bewegen. So, und jetzt kann man mich in Gruppe aufnehmen. Meio, 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 meio. Oh, das nervt. Wer hat denn da keine Beherrschung über seinen PC? Geht nicht, sorry. Wir sind immer noch im Duell. Boah, dann kill ich dich halt schwimmt. Das hört sich jetzt mal an, hä? Also, ich bin's nicht. Ich auch nicht. Ja, Patrick, der ist am Filmen. Meio, meio, meio.